Herzlich Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir wollen jetzt gleich noch den Hammer bauen. Wir haben jetzt neu die Bank gebaut. Wir haben in den letzten zwei Folgen Ressourcen gesammelt. Wir haben mit Magie angefangen gehabt. Wir werden mit Magie auch bald mal weitermachen. Wir werden schnell... ...ein bisschen Sand holen. Wo kommen die alle her? Jetzt noch mal ein bisschen Sand holen. Damit wir noch ein paar Tanks bauen können. Und wir müssen nochmal... ...zweimal auf F9 drücken. So. Hier haben wir ein bisschen Sand. Gut. Jetzt stehe ich jetzt einfach mal hier. So. Ein bisschen Glas herstellen. Und dann... Mal ein bisschen die Tanks da ausbauen. So gar nicht wie viel... ...noch reinpassen würde. Wir haben schon wieder Hunger. Das heißt... Ich mache da jetzt noch einen hin. Gleich. Ich mache hier auch noch welche hin. So. Ja. Dann brauchen wir natürlich wieder... Ach. Vor allem brauchen wir Holz. Weil wir hier erst noch... ...hier arbeiten. Er kann sowieso gerade nicht arbeiten. Das ist sehr schön. Das heißt... ...ganz langsam... ...wird das... ...müsste das doch vollgeführt werden. Wo der Ofen... ...verbraucht halt... ...so viel wie er... ...mhmhmhm. Ach ne. Erstmal lädt er sich selbst voll. Achso. Und nein. Wir müssen ja erst mal ihm auch noch sagen... ...wer soll hier Input machen. Output deaktiviert. Input. Output. 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 Neaa. Okay. Das heißt... ...leadstone Energieleitung. Wenn wir hier Leadstone Energieleitung machen... So dann machen wir nochmal hier, wir hatten gesagt da ist Output, machen wir hier Input und hier ist Output Hier machen wir Output rein und hinten ist der Input rein Hier haben wir 64, die hier drin geladen sind momentan Machen wir mal 23 Glas fertig Wir haben keine Kohle mehr leider Das ist uns hier 11 Das ist auch momentan voll, ach und das kann man aber nicht miteinander verbinden Das ist ja sehr blöde Was kann man aber dafür abbauen? War wahrscheinlich nicht gefüllt Das ist auch blöde Naja, das ist stammlich, das ist eigentlich auch nicht fällig Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Kann ich jetzt da wieder raus nehmen? Kann ich nur noch nicht mal wieder raus nehmen super in der pumpe wahrscheinlich irgendwie es ist echt ich hab keine ahnung muss ich noch mal gucken vielleicht auch ich hab nichts abzubauen ich probiere das mal bei dem aus und haben jetzt nur 10 level drin ja dann ist das nämlich weg was da drin ist aber wie gesagt ich brauchte eigentlich auch nichts rein tun weil das der tank doch einfach wenn wir doch blöde ist irgendwie blöde da muss ich mir was anderes überlegen also erstmal habe ich da drinnen wie ich die da rauskriege das ist nämlich eine große frage brauchen wir uns noch mal eben eine rüstung schuhe manchmal wenigstens ein bisschen ein bisschen das ist ein bisschen wasser ja 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 So, 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 schnell rein. Und jetzt noch, wie gesagt, den Hammer. Der Profibastler erzählt. Der ist ganz besonders schön, den kann ich einmal vorführen. Gehen wir nämlich jetzt auf Höhe 10, was hier ist. Und können einfach neun Blöcker auf einmal abnauen, solange sie aus Stein sind. Oder einem anderen ähnlichen Material. Natürlich ist hier so viel Kies dazwischen, das ist das blöde. Da kommen wir jetzt auf jeden Fall sehr schnell voran hier. Und hoffen, dass wir auch mal irgendwann Diamanten finden. Auf Höhe 10. Ganz, ganz, ganz viel Dreck. Dann sollten wir eigentlich noch mal ein tiefer gehen hier an der Stelle. Dann natürlich noch mal ein paar Minuten. Und jetzt ... Punkt. 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 Das war's für heute. Gehen wir einfach mal hier ab. Es ist aber auch so viel Mist hier überall. Wir sind auch schon wieder vollpackt. Wir haben wieder viel geschafft. Wir müssen in den letzten Wochen tanzen. Ja. Und, Entschuldigung. An dieser Stelle. Falls euch das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.